Deutschland ist seit einigen Jahren der wichtigste Handelspartner Chinas in der Europäischen Union. Der Handel ist gerade in den letzten Jahren kräftig nach oben gegangen und das gilt auch für die Investitionen. Es gibt immer mehr chinesische Unternehmen, die sich für Investitionen in Deutschland interessieren, vor allen Dingen im Bereich der Hochtechnologie. Gemeinsam arbeiten die Deutsche Botschaft und Germany Trade and Invest zusammen, um den chinesischen Firmen, die in Deutschland investieren wollen, jegliche Unterstützung zu geben. Vielen Dank.